Hallo, hier ist EMAX-Stuffspieler Clemens Ulsamer. Heute habe ich für euch ein Testvideo von Brunswick Twist. Der Twist ist ein Einsteigerball mit Pearl-Oberfläche für leicht bis mittel geölte Bahnen. Frisch aus der Box brauchte ich ein, zwei Spiele, um mit der Ballreaktion klar zu kommen. Er war am Anfang etwas lang, aber nachdem die Oberfläche ein wenig bespielt war, ist der Ball gut und leicht zu kontrollieren gewesen und erzeugt einen guten Pin-Mix. Mein Fazit zum Twist? Ein super Preis-Leistungs-Verhältnis und zudem in fünf Farben erhältlich. Greift zu! Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da und abonniert den Kanal. Und vergesst nicht auf die Glocke zu drücken, dann verpasst ihr kein Video mehr! Bild von dem Video. Da kann das Video gefallen hat. Bild von mir. Ihr könnt euch sagen jetzt, wenn euch das Video gefallen hat und dann wird es Ich gebe euch dazu ein bisschen mehr. Und jetzt den Kanal aus. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.